Ich habe hier so manche Bratwurfs gegessen. Dann ist Politik für mich immer der Wettstreit der Ideen und nicht der Wettstreit von einzelnen Personen oder sonst irgendwas. Das wird zwar draus gemacht. Wertschätzung durch Arbeit, da werde ich immer mal für gescholten. Wir waren das Verlierersystem und das Verlierersystem durfte erstmal nicht so weiter existieren, wie es war. Wenn man sieht, dass man eine Art Autobahn drastet und das ist ja alles, was BKW- und LKW-Verkehr ist, das haben sie ausgebaut und alles andere haben sie halt vernachlässigt. Und dass es eben alles Männer sind, fand ich auch nochmal eine wichtige Ergänzung, dass man nach einer Frau auftaucht hier. Es ist einfach schwer, Wahlkampf zu machen, wenn dir immer zugesagt wird, lass es und zwar aus den eigenen politischen Lagern. Wir müssen bloß aufhören, in der Couch sitzen, wir müssen endlich aufstehen für unsere Demokratie. Das ist die Macht des Volkes. Wir haben sie 1989 schon mal gezeigt, wir können das immer wieder.